Herzlich willkommen zu Lektion 11, regionale Auswirkungen des Klimawandels. Mein Name ist Philipp Mahl, ich bin Geograf und Geomorphologe an der Arbeitsgruppe Physische Geografie an der Universität Wien. Ich interessiere mich für glaziale und periglaziale Prozesse im Hochgebirge und die sich verändernden Mensch-Umwelt-Beziehungen im Zuge des Klimawandels. Wir behandeln in dieser Lektion Gletscherrückgänge, tauenden Permafrost, Naturgefahren, aber auch ein Forschungsprojekt im Hochgebirge sowie regionale und lokale Klimaanpassungsstrategien hier im Kaunertal. Weiterhin werden Professor Eiko Vogt und Professor Stefan Glatzl über den Klimawandel in der Arktis sprechen und den dort tauenden Permafrost behandeln. Weiterhin ist eine Lektion von Herrn Dr. Harald Sterli geplant zum Meeresspiegelanstieg in Südostasien. Abschließend finden Sie ein Video zu einem langfristigen Forschungsprojekt zu gravitativen Massenbewegungen im Kontext des Klimawandels in Niederösterreich. Damit wünsche ich Ihnen nun viel Spaß bei der Lektion 11.